moin leute herzlich willkommen zu einem neuen video und wie habt ihr gerade das ganze intro gesehen wie es eigentlich ablaufen sollte also das hey listen und dann halt mein intro und so und ja ich wollte halt noch eine info machen weil das intro nicht bei dem livestream kam und zwar weil ich dieses intro nicht benutzen weil ich meine es ist ja ein stream und da braucht man kein intro oder soja was auch schon wieder viel spaß mit dem auto ja ja ja